Hallo und herzlich willkommen bei Watt24, Ihrem Online-Shop für alles rund um das professionelle Licht. Sie sind sicherlich auf der Suche nach einem Steinel Ersatzglas und da sind Sie bei uns genau richtig. Denn wir als Watt24 haben nicht nur alle Steinel Produkte auf Lager und auch die Ersatzteile und können daher innerhalb von 24 Stunden die Produkte zu Ihnen liefern, sondern wir sind auch geschult in der gesamten Beratung rund um die Produkte. Daher schauen Sie sich nicht, rufen Sie uns an, kostenfrei, chatten Sie mit uns oder lassen Sie sich wirklich das Produkt live nur für Sie zeigen in unserer Live-Produktpräsentation. Und nun geht es zum Video und dem Produkt. Hierbei handelt es sich um ein Ersatzglas für die Leuchte L262S. Es gibt kein Gewinde hier am Ende. Das Ganze ist massiv glas. 3 4 4 5 7 10 10 8